Hallo, zurück zu Let's Play StarCraft 2 Kampagne. Prost. Es ist ein bisschen eingebrannt hier. Was hat er das denn eigentlich? Oh ja, wir können noch irgendwas aktualisieren. Dann können wir nicht. Wir können noch nachts noch zwei Minuten lang. Ich freue mich gar nicht. Oh, ich hab noch irgendwas. Oh ja, da fahre ich die. Ja, da reicht der ja völlig aus. Das kommt doch nicht mehr so viel. Oh je. Mensch, da klingeln die Rohrung. Ist jetzt die Nacht bald vorbei? Oh, das dauert fast gar mit zwei Minuten. Wer ist hier noch? Haben wir vieles noch drin? Ach, 1100. Was? Was ist das jetzt hier? Hab ich euch bestellt? Ich glaube nicht. Wieso? 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 Naja. Das ist ein bisschen mehr Schaden, aber... Wieso? Sie sind im Süden durchgebrochen. Wir brauchen da unten Truppen, aber schnell! Warum kommen die jetzt noch mal... Das erinnert mich irgendwie an einen Film, den ich mal gesehen habe. Sehen wir noch! Tagesanbruch in 30 Sekunden. Wieso kommen die da unten runter? Das ist ja fies. Was ist denn jetzt? Beseitige die Versorgung. Ah, das sind ein paar versorgte Gebäude. Okay. Bereit machen, Jungs! 97 verbleibende Gebäude, alle da! Ja, okay, aber ich habe doch irgendwo noch so... Ne, habe ich keinen mehr. Ich dachte, ich hätte noch irgendwie... Wer ist denn die WBV übrig? Durchgeladen und entsichert! Ich gehe mal darüber. Was ist das noch? Das ist ein weiterer. Worauf soll ich ballern, Sir? Ach. Abmarschbereit! WBV-Einsatzbereit! Und zwar kommen wir hier mal... Ich bin schon unterwegs! Okay, gut, dann dauert es doch mal ein bisschen, bis das gemacht ist. Dann werden die sich da duschen erzählen. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Danke. Danke, 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 danke. Dafür bin ich einfach berufen. Was ist das noch mal? Hier ist kein Gebäude. Die sind doch geladen worden, ich bin sicher. Schieß da, denn wir holen was? Nein, nein, das ist das Gebäude. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da, aber... Der ist ein Schuss. Der ist ein Gerhard-Schuss. Ich bin für dich da. Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Schön. Es ist irgendwie hier Zerg-Scheiß zwischendrin. Los, los, los! Was ist da hier? Habe ich da was vergessen? Ich glaube, da habe ich was vergessen. Ist das eigentlich drin? Wo drin ist denn? Da ist gar keiner mehr. Unsere WWFs werden angekasselt. Ich habe einen WWF da dabei? Ein Traumlok erbaut! Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Äh, diesen Spruch habe ich da eben schon mal gebracht. Bereitsmache, Jungs! Du hast nur die Falle aufgehört! Hm. Ich glaube, wir werden mal beinahe. Ich verbrenne mir hier die Sänger. Aufgehört! Das ist schon bereit! Jetzt geht's rund! kommen dann überhaupt noch welche aus der gegend werden 1 35 das denn Ja, ich habe leider nur 50 Sekunden. Das heißt, so ganz so flexibel bin ich nicht. So, kommt nach Hause. Was nicht passt, wird passend hier machen. Also gut, das müssen wir auch noch killen hier. So sieht es aus, ich kann immer noch drei Leute bauen. Dann mache ich das doch. So ein, so ein oder so ein. Dramatische Musik. Tam, 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 tam. So, wahrscheinlich, wo kommen die durch? Ja, ne, Leute. Zeit, auszurücken. Jetzt gibt es noch einen fortgeschrittenen, bei den Söldern, aber hier haben wir Waffen Lager. Haben wir Waffen Lager? Haben wir Waffen Lager? Oh, gut. Okay, okay, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn hier? Ich schaue mal hier. Ja. Was geht dann? Ja, voll! Ich hab dich noch mal! Wirklich, warte! Wirklich? Genau! Oh, okay! Ja! Oh, klar! Hier, ich stehe zurück! Wir machen noch mal einen neuen Manic! Ich weiß nicht, was ich will! Ich weiß nicht, was ich will! Ich weiß nicht, was ich will! Hm! Ja, ich weiß nicht! Ich weiß nicht, was ich will! Tagesanbruch in 30 Sekunden! Oh, überstunden! Ich weiß nicht, was ich will! Woh! Fertig! Oh ja, jetzt sind wir dran. Machen wir in die Hölle ein. Los geht ab, los ist sicher. Jetzt geht's rund. Woraus soll ich ballern, Sir? Kosten die wie Gas oder sowas? Nein, kosten die nicht. Durchgeladen, los ist sicher. Komm, abmarschbereit. Freue mich schon drauf. Verstanden? Aber sicher. Bereit machen, Jungs. Schüss. Also, die halten nicht wirklich gut, die Bunker, muss ich sagen. Kann ich die irgendwie upgraden? Puh, nein. Und Gebäudepanzerungsupgrades gibt es, glaube ich, auch noch keine. Was ist das denn? Fahrzeugwaffen, Fahrzeugpanzerung. Oh Gott. Was nicht passt, wird passend gemacht. Los, los, los! Ich höre nicht los. Wir sind aber 33 geworden. Hm? 33. Ja, ja. Ich glaube ja nicht, dass wir das schaffen. Los, geladen und entsichern. Lauf, lauf, lauf! Ich war bei mir hier die Finger. Warten! Hier, Warten. Warten ist gut hier. Wir machen noch eine Kommandos in drei. Von mir aus! Oh, Gott, noch was! Und wir hauen nun mal in Sunny raus. Und nun mal zwei Space Mots. Das ist mir lieblich voll. Ich bin bereit. Positiv! Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Weiter so, Leute. Wir werden sie aufhalten. Oh, was denkt man? Ja, noch 16 Gebäude. 15 Gebäude. Aber das schaffen wir. Los, geladen, los, entsichern. Los, los, los! Ihr habt es fast geschafft. Es sind nur noch eine Handvoll verseuchte Biosignaturen übrig. Ich markiere ihren Standort auf der Karte. Mit der Ruhe. Wie versäuchert man. Das sind die zwei des Mächtens. Habe ich gesehen. Ganz kaum noch, Herr Warten. Abmarschbereit. Abbrail durchgeführt. Ich kümmer mich drum. Hör auf, nach den Jungs! Boah! Heigen erschreckt! Feuer gesellig. Worauf soll ich Fall ausstürzen? Was braucht noch, Herr Warten? Ich glaube, ich habe kein Gebäude noch. Ich kümmer mich drum. Du hast es geschafft, Jim. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, an dem meine Leute sicher sind. Ganz so leicht wird das nicht, meine Liebe. In dem Sektor wimmelt es nur so von zärt. Irgendwo muss es einen Ort geben, den die Außerirdischen noch nicht kontaminiert haben. Ein unentdecktes Paradies, das nur auf uns wartet. Klingt erst nicht sehr nach Flitterwochen. Okay. Gut. Kleine Pause hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.